Liebe CDU-Freundinnen und CDU-Freunde, mein Name ist Stefan Hulandt, ich bin 42 Jahre alt, glücklich verheiratet in erster Ehe. Ich sehe ja manche Leute schmutzeln, aber das muss man in meiner Altes-Kurorte ja mittlerweile dazu sagen, dass das so ist. Und ich habe drei großartige Töchter. Dazu CDU bin ich seit Juli 1999 und ich wurde ja schon oft gefragt, ob man als Politiker geboren wird. Das ist nicht so. Bevor ich in den Landtag gewählt wurde, habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, weil der Sparkass in Schönreck. Fusionsbedingt war ich dann irgendwann bei einer Reislandsparkasse beschäftigt, 24 Jahre lang. Also wesentlich mehr als ich vorher Lebenszeit in die Sparkasse hatte, das war eine tolle Zeit. Seit 2008 engagiere ich mich im Vorstand des Stadtverbandes Bernburg und ich kann mit Fug und Recht sagen, liebe Jungen, hättest du mich damals nicht angerufen, da wollte ich gerade zur Mittagspause gehen, weil ich sage, wir brauchen einen Finanzverantwortlichen im Stadtverband Bernburg, dann würde ich hier heute wahrscheinlich nicht stehen. Vielen Dank, Jürgen, für die Wegbegleitung und auch für die Türen, die du hier und da für mich geöffnet hast, aber auch für die vielen, ich sage mal, Betreuung im Gespräch. Für die Jungspunde muss auch manchmal ein bisschen gebremst werden. Ich habe ja sehr viel von dir gelernt. Herzlichen Dank dafür. Seit der Wahl zum 8. Landtag von Sachsen-Anhalt darf ich Mitglied der CDU-Fraktion sein. Hier habe ich in diesem Jahr die Chance bekommen, als finanzpolitischer Sprecher unser Land mitzugestalten. Weiterhin mitgestalten möchte ich mit Ihnen, mit Ihrer Unterstützung, mit Ihrer Stimme, auch in unserer Partei, in unserem Kreisverband Salzland. Unser Landtagspräsident, Dr. Gunnar Schellenberger, hat in seiner 16-jährigen Amtszeit sehr, sehr viel für unseren Kreisverband erreicht. Wir sind ein Mitgliederstarker und, ich habe das von unserem Landesverlustiert, mit neidvollen Blicken, wir sind ein finanzstarker Kreisverband, der sich stets intensiv in die politische Arbeit auf allen Ebenen eingesetzt hat und es auch zukünftig tun möchte. Denn ich möchte Ihnen gemeinsam an dieser erfolgreichen Arbeit anknüpfen, sollten Sie mir heute Ihr Vertrauen aussprechen. Mit Blick auf die kommenden zwei Jahre stehen uns einige Herausforderungen bevor. Neben der Bewältigung der vielfältigen Krisen, die sich scheinbar die Klinke in die Hand geben, müssen wir als Kommunalpartei die Kommunalwahl 2024 fest im Blick haben. Klar, stärkste Partei zu bleiben, um unsere Heimat aktiv gestalten zu können, das ist unser Ziel. Das ist aber, ich glaube, Marika schon bestimmt mehr dazu, das ist auch unser Anspruch. Wir stehen vor der Aufgabe, in allen Regionen unseres Salzlandkreises starke Kandidatenlisten aufzustellen. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Mit einem gut aufgestellten Kreisverstand, der die vielfältigen Regionen unseres Salzlandkreises gut vertreten weiß, legen wir heute den Grundstein. Die Ausgangsbasis für alles das, was wir gemeinsam erreichen. Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen und wünsche uns einen weiterhin erfolgreichen Kreisverteidag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wahlklasse, ich kann Ihnen das Ergebnis bekannt geben. Roland, Stefan, Stichwahl, nein. Anzahl der Wahlberechtigten, 89. Anzahl der abgegebenen, 88. Wo der eine hin ist, kriegt man noch raus. Anzahl der unkültigen Wahlscheine, 0. Anzahl der Stimmenthaltung, auch 0. Das heißt, Anzahl der gültigen Wahlscheine, obwohl ich nicht gesagt habe, nicht beschrieben, nicht unterschreiben, 88. Das heißt, 50 Prozent, mehr als 50 sind also mindestens 45 zur Wahl erforderlich. Und Stefan, du hast von den 88, 84, 95 gemacht. Aber ich habe gleich noch eine Botschaft dazu. Also du hast jetzt das beste Stimmergebnis, dann musst du natürlich auch das Finanzergebnis genauso weiter steigern. Gratuliere, nimmst du die Wahl an? Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich nehme die Wahl sehr gerne an.